Ja, bei mir dauert das grad ein bisschen. Ich bin recht weit unten. Deswegen. Mal schauen wieviel Kaninchen... Kein Kaninchen ey, wollt ihr mich verarschen? Ja. Was ist denn hier los? Kommen die woanders immer rein? So, jetzt erstmal den Weg langlaufen, geht schneller. Mal die Fallen ein bisschen umstellen. Hoffentlich ist da oben eins reingelaufen. Auch nicht, nein, das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit dem Mistviechern? Haben keine Lust. Glaub ich auch nicht. Wir haben halt grad keine Lust dazu. Du brauchst ja noch. Was kostet denn so'n Speer? Ach, da brauchen wir... Wow, ups, okay, da brauchen wir dieses Alchemie-Zeug. Fängst dran. Ach, ich bin zu weit hochgelaufen. Da ist er. Hallo. Kannst du so'n Ding bauen? Jawoll. Hab ich schon. Dann kann ich eine Schaufel bauen. Ein Backpack. Willst du auch eins? Hm? Willst du auch ein Backpack oder kannst du das machen? Ja. Nö. Glaub ich grad nicht. Ja. Backpack. Dann können wir das Essen da rein tun. Hm. Das Essen müssen wir finden. Ja. Wie Sticks hast du? Gar keine mehr. Äh, ich brauch ein paar Sticks und... Äh, von dem Zeug ein bisschen. Von dem Gras hast du jetzt alles weggenommen, ne? Hm? Von dem Gras? Also von dem Gras. Alter, was fackelst du da oben an? So'n kleiner Busch. Ja, die hätten... Die Dinger brauchen wir. Ich weiß. Weil ich würde nämlich ein Speer machen... Ich brauch zwei Sticks, brauch ich. Hast du zwei? Hast du zwei? Ja. Wir haben ne... Wir haben heute ne kurze Zeit. Alter, man nimmt die Fackel weg. Guck mal, du machst... Man nimmt die Fackel weg. Nein, ich weiß es doch. Ja, und wenn's... Komm ich doch wie Max-Tage-Motor-Affe. Ja, brenn aber die Dinger nicht an. Ist egal. Das andere ist nur übergesprungen, deswegen. Und Asche brauchen wir auch. Irgendwas. Äh... Jetzt kannst du die Dinger hier sogar hinsetzen. Ich brauch zwei Stöcker. Naja, brauchst du nicht. Hast du zwei? Wie denn? Dann kann ich zwei Speere machen. Oh, muss ich jetzt endlich welche suchen? Mhm. Hier. Wom... Machst du mir jetzt ne Schaufel? Ich hab doch schon eine. Ja. Ist doch egal. Hast du noch eine? Und dann brauchst du noch eine. Alter brauchst du für Essen. Hm, ich aber auch. deswegen brauche ich doch nur noch ein stock kein mehr doch ab 9 ja dann gibt den hier dann mache ich ihm zwei spiere und schlachten wir mal eben das schwein da unten was fehlt mir denn jetzt ach mir fehlen man braucht zwei stücke kann ich das unterwegs kräften stimmt dass ich das unterwegs kräften kann dann habe ich das mit axt oder brauchst du nicht ach keine an also wir ihm das schweinchen ärgern wir brauchen essen auch stück auf die büsche mitnehmen ja ich kann es unterwegs kräften die roten sind dafür da wenn die gebraten sind dass du auch herzenergie kriegst ok und die grünen sind für den hunger oder umgekehrt oder sonst von beiden jetzt das ist natürlich jetzt blöd das ist ja egal na schweinchen soll ich dann machen hallo drauf was sind keine was keine was was kannst du jetzt machen was def ich weiß nicht was ich machen kann um sind das ist angstfamil ich will das attacken komm her ich kann ihn aber nicht angreifen hallo ey willst du mich verarschen schweinebeermann das ist doch nicht wie man sich wiederbeleben kann komm her schweinebeermann ach hier ist ein geist in der ne deswegen geht mein i will punch you ey kommst du her muss ich jetzt so ein lebending finden oder was noch ein schwein ich bin aufgetaucht ich bin aufgetaucht was störeste nein ich habe zu viel leben ah das geschafft ja ein schwein kriege ich ganz gut hin willst du mich jetzt mal nach oben oder musst du hier stehen dann ich weiß gar nicht was passiert ach das ist gar nicht wirklich dunkel wenn ich hier durch bin jetzt mich wtf soll ich das jetzt alles mitnehmen ne lass doch liegen das bleibt doch da lass es da liegen ja ich muss aber das nimm wenigstens ein paar sachen mit hier ich glaube man kann sich irgendwie wieder überleben ja aber noch wie ja das ist die frage ja ich kann voll blödsinn damit machen ah denn das eine ist ein haser drin gibt es hier nirgends so ein belebungsschrein hier wieder ich weiß ja die hab keine ahnung ob ich ja normalerweise müsste es ja so ein belebungsschrein geben ja gut ich würde sagen ja eine halbe stunde haben wir gut gehen gemeistert ne ja aber wegen diesem schwein naja ich glaube du hast zu wenig leben dafür vielleicht muss ich einfach nur zum portal hin probier mal probier mal probier mal oh und keine ahnung oh es ist dunkel nein nein es wird dunkel wo ist das ding zentos hilf mir ohne irgendwo hier boah alter ein schatten ein schatten hier ne hopp oh nein ich hab's gegessen fuck komm jawoll muskelmann wo wir machen kurzen cut wir machen kurzen cut und gucken mal was wir daraus machen vielleicht kommen wir auch noch dazu dass wir vielleicht eine neue runde machen ja vielleicht müssen wir eine neue runde machen oder wir können ja nicht irgendwie wieder beleben dann wollen wir sagen bis später zu downstuff tschau tschau tschüss 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 tschüss